Ein- oder Auswärtsträger anzieht, heute habe ich Verständnis dafür, dass ich es nicht an den Zorn habe, weil es sind ja doch sehr viele ältere Leute, die am Herbst leiden und vor allen Dingen auch viele Kinder, die sich das in dem Sinne nicht angucken wollen. Aber liebe Gäste, ich bedanke mich nochmal bei der Stadtmarke Fideli Hürter für euer Willkommen, schön, dass ihr da seid und den Peter wird jetzt gleich nochmal geantwortet haben, aber ich darf mich von oben auch nochmal bei Gabriel und Michael Frank recht herzlich bedanken. Schön, dass ihr die Truppe mit unterstützt, begleitet und wir haben natürlich auch die Nette Zelin da zur Verfügung gestellt, die hier auch mitnacht, danke nochmal, Dankeschön. Wenn ihr die Menschen mal in der Reihe seht ja, da sind auch Jungs, da sind auch Jungs, Jungs, kommt mal nach vorne. Alle Jungs. Wie auch bei uns üblich ist, essen wir auch irgendjemand nicht für die. Dochtsform ist MSG, Langform ist Fideli Standsportgruppe, deren Triple R steht da vorne. Für die städte ich, Männer. Aber ich würde nicht denken, dass alles nur vergnügen würde. Männer, wir machen ein Aufwarnprogramm nie von jedem aufgehend. Und drei zählen wird, Achtung, ein, zwei, drei und pum, pum, pum. Ist jung, ist jung, ist jung, ist jung, ist jung, ist jung. Der Truppe ist richtig, ich glaube, auch nicht die besten Knappe. Aber habt ihr Lust auf Woller? Vielleicht, vielleicht. Ich meine, ihr seid ja verwöhnt, ihr habt ja jetzt von der letzten Jahre der Tanzpaar gesehen. Wollt ihr aber unser Tanzpaar sehen? Ja. Das muss ich aber dazu sagen. Das ganze Mädchen hat sich bereit erklärt, mit irgendeinem von der Fremde zu tanzen. Aber ich meine, dann machen wir jetzt weiter. Ja. Ja. Doch mal her. Ihr seid dran. Ja. 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 Das war's. Das ist klar, also die Hebung klappt schon, dann denkst du, sie muss noch umdrehen, so verschieben. Schau, von dem ich stehe vorne, aber wir haben ja eine Reise durch. Ich hieb hier nur ordnen, aber auch nicht nur ordnen. Aha. Jetzt guck mal das, was man denkt, ich, am besten für den eigentlichen Danksö. Danksö, Sonnen, sie müssen alle morgen. Und ich besöhnend benutzt eine Nistung, da brennt ich. Passt um. Passt um. Seid auf, weiße. Ich schlag da alle mit ihnen in die Hürter, mal ich fähig zum Danksö. Ich glaub, es wäre eine Lüfte der Lüfte der Reise war, Thomas war auf die Musik. Ich denke, es war wirklich wichtig. Hüiih! 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 Hüih! Das war's. 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 Das war's.